Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind hier nicht böse, wenn wir jetzt erst mal wieder bei Martin... Sie haben wach... Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, den Sie lernen müssen. Egal wann wir hier drehen, irgendwann kommt immer ein Hubschrauber. Sie benehmen sich wie die Axt im Wald, wie der Flieger im Kaiser. Ich sag mal so, wie der Geier ohne Klöten. Sie führen hier ein Regiment, da weiß keiner ein noch raus. Ich kann sagen, was ich will, die Blicke werden geschnitten. Nicht lachen, mein Freund. Das wäre alles Material, was man verwenden könnte. Aber er lacht. So, und der Flieger fährt und fährt und fliegt und fliegt. Und Sie benehmen sich wie die Axt im Wald. Das Ganze schlägt mir ziemlich auf den Madl. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie viel Damosin nehmen Sie ja nicht täglich. Drei. Sprech ab! Das kann man nicht nehmen für das Bett. Das hat sich kaputt gemacht. Inna. Inna. Das ist mein Stuhl. In der Tür der steckten Schlüssel sollte ich bis abends nicht zurückzeihen. In der Tür der steckten Schlüssel sollte ich bis abends nicht zurückzeihen. Und zwar schon in der kommenden Woche. Abschiedskuss. Was? Sie müssen so rein. Cut! Hurra! Cut! Warum ist denn hier jetzt offen, Leidl? Ja. Ist diese gute Laune weg? Da macht man sich halt nie richtig klar, dass die Mama auch irgendwann immer sein wird. Ich habe jetzt schon den Platz am Friedhof reserviert. Am wo? Am Friedhof. Am Friedhof! It's the most wonderful time of the years. Boom, boom. Neues in seinem Leben gibt... Ah, scheiße! Erkruzifix! Ganz ruhig! Und Katze schlägt die Klappe. Das ist ein Mann. Mein Gott, einmal so ein Mann sein. Er bilden Knochenstoff... Der Knochen... ...dicht. Patientin ansprechbar. Patientin ansprechbar. Nicht ansprechbar. Sie sagt, sie ist nicht ansprechbar. Sehr gut. Jetzt ist alles drin. Alles? Danke auch. Das ist alles drin. Danke auch. Das ist alles drin. Danke auch. Das ist alles drin. Danke auch. Untertitelung des ZDF, 2020